Hallo und willkommen zurück. Wir müssen auf die Mauer zurückkehren und weiter bei der Verteidigung von Werken helfen. Zuvor machen wir aber den Levelaufstieg und ich schaue mir gerade mal den Schwertkampfbaum nochmal genauer an. Da möchte ich gerne meinen nächsten Talentpunkt drauf vergeben. Kontern könnte ich steigern, Beinarbeit, Deckung habe ich noch gar nicht. Energieaufwand beim Blocken gegnerischer Schläge wird dann reduziert. Härte Schadensreduktion bis 5% klinge ich auch nicht schlecht. Auch gut. Da haben wir schon beide Punkte drauf. Schwertschaden 15%, das könnten wir auch steigern. Was mache ich denn da? Deckung, Härte oder Schwertschaden? Gewalt? Gewalt, Deckung oder Härte? Ich nehme mal die Schadensreduktion. Die Härte. Kann ich die? Ja, ich habe eben auf nein geklickt. Okay, gut. So, das letzte Mal hat uns Saskia ihr Geheimnis verraten. Sie ist ein Drache und sie ist sogar der Drache, der uns schon begegnet ist. Äh, machst du die Tür auf? Danke. Ich schieb mich dann auch mal durch. Oh, waren wir hier das letzte Mal auch? Ja, das ist aber quick. Zum Glück zeigt sie mir, wo es lang geht. Ich hätte es nämlich jetzt nicht mehr gewusst. Und da wartet Sultan schon auf uns. Was ist inzwischen geschehen, Sultan? Der Spaß fängt erst richtig an. Hirte Hänsel treibt sein ganzes Vieh hierher. Wir werden es schaffen. War das alles? Ach nein, wir haben zwei Überraschungsgäste. Nämlich? Trolle, das heißt ein Troll und eine Trollin. Hässlich wie Scheiße nach dem Winter. Aber Möpse hat sie. Du hättest sehen sollen, wie unsere Leute geglotzt haben, als diese beiden Ungetüme in den Hof kamen. Warum wollen sie uns helfen? Haben sie das gesagt? Hexermensch, gut. Feind von Hexermensch, Feind von Troll. Ich kenne die beiden. Sie könnten sehr nützlich sein. Gut. Außerdem wollen wir ein Land ohne Vorurteile schaffen. Als wir erfuhren, dass Hänsel selbst den Angriff führt, rutschte uns die Moral in den Keller. Sultan, sag ihnen, wenn sie aufhören, an den Sieg zu glauben, können sie auch gleich mit weißen Fahnen wedeln. Hab ich ja, aber sie gucken wie begossene Pudel. Ruf die Verteidiger zusammen, Sultan. Warum schweigt ihr? Ihr solltet euch freuen. König Hänselt persönlich will uns beehren. Wir werden alle sterben. Wir können sie nicht abwehren. Hänselt ist unbesiegbar. Wir werden nicht gegen Knechte, sondern gegen den König kämpfen. Und er wird unseren Sieg anerkennen müssen. Wovon treut man als Soldat, wenn nicht davon? Oder habt ihr etwa Angst zu kämpfen? Wollt ihr die weiße Fahne hissen? Das ist ganz einfach. Und Hänselt wird schnell eine neue Ordnung einführen. Die Schenken sind nur für die Menschen. Die Zwerge ersticken im Bergwerk. Die Elfen verschwinden. Sie werden im Wald gejagt. Die Herren erschlagen die Bauern, die sich nicht tief genug verneigen. Ist das das Land, das ihr euren Kindern hinterlassen wollt? Nein! Niemals! Ihr zittert vor Angst, nur weil Hänselt kommt? Wer ist er denn? Ein Gott? Nein. Er hat Arme, Beine und Blut. Genauso rot wie unseres. Und wenn er sich tatsächlich herwagt, werden wir gerne etwas von seinem Blut vergießen. Ja! Erledigt Hänselt! Lang lebe Saskia! Viele von uns werden kein Morgenrot mehr sehen. Frauen werden vergebens warten, Freunde ohne uns zechen. Aber wir werden sie in Ehren halten und uns um ihre Gräber kümmern. In Eddons Erde. Die, die überleben, werden mit stolzer Brust leben können. Nur so hat das Leben einen Sinn. Jetzt, zu den Waffen auf die Mauern, zeigen wir Hänselt den wahren Krieg! Ja! Ja! Sie kommen! Treten wir noch ein paar kättsinnische Ärsche! Diese Belagerung wird Hänselt teuer zu stehen kommen. Irgendwie ist das unfair, dass die den Zauberer auf ihrer Seite haben. Da oben sitzt er. Ich will auch einen Zauberer. Wir haben einen Drache, der sich aber nicht in den Drachen verwandeln kann. Äh, warum lauft ihr jetzt alle? Ja, lauft doch alle zu mir! Ja, im Prinzip dasselbe Spiel wie beim letzten Mal. Nur jetzt bei besserem Wetter. Oh, da unten sehen wir die Trolle. Unsere zwei Freunde. Die langen auch ordentlich zu. Ich habe noch keinen Kratzer abbekommen. Bin ein bisschen stolz auf mich. Schnell mal Saskia verteidigen. Und dem Yaten ein bisschen unter die Arme greifen. Reißt ihnen die Köpfe ab! Und das über die Mauer werfen darf nicht fehlen. Ah, apropos. Wir haben ja eine Zauberin. Hey, hallo. Schön, dass du dich einmischst hier. Die Philippa hilft mit. Die duelliert sich mit dem, äh, ich habe dessen Namen vergessen. So, probieren wir noch was anderes. Mal wieder das E-Knee. Oh, die armen Trolle da unten. Denen kann ich leider nicht helfen, oder? Ich muss mal mal ausgucken, wie man ein bisschen Trollen helfen kann. Nee. Hier, hier? Das hätte ich nicht gedacht. Trolle vergessen nicht. Hm. Okay, aber wir müssen wieder zurück auf die Mauer. Nicht, dass die hier die Überhand gewinnen. Auf die Verräter! Joht. Unsere Verstärkung. Terroristen, Mörder, Räuber oder aber edle Krieger, die um ihre Freiheit kämpfen gegen einen übermächtigen Feind. Kommt auf den Standpunkt an. Ich habe Jorbit vertraut und ihm geholfen. Ich schloss mich Saskia an und damit der Rebellion, neuer Werte und Ideale. Man wird sehen, ob es richtig war. Eines ist sicher. Elfen sind die besten Bogenschützen, die die Welt je gesehen hat. Jorbit, gerade zur rechten Zeit. Ich muss sagen, das Eichhorn hat ein gutes Gespür. Dann ist noch nichts verloren. Wir müssen Hänselt den Fluchtweg abschneiden. Wie meinst du das? Hänselt gefällt es hier wunderbar. Nicht mehr lange. Geh zu Jorbit und schließ das Haupttor. Jorbit sagt, es sei durch Detmols Zauber beschädigt. Was weiß denn Jorbit über Tore? Halt mir den Hintern frei. Ich gehe es schließen. Das Geschick dieser Schlacht hängt davon ab, Zwerg. Das Tor, das Sultan Shiba nicht schließen kann, muss noch erfunden werden. Na, dann hoffe ich mal, dass er da jetzt nicht so große Worte geschwungen hat. Dann schließ mal das Tor. Wo müssen wir denn hin? Ich kann sogar schon wieder aufsteigen. Auch gut. Ähm, was wollte ich denn vorhin noch? Deckung? Ja, nehmen wir das. Und dann dem... ...Sultan hinterher. Ach, die Leiter darunter. Gut, gut. Hab ich nicht gesehen. Ich würde sagen, dass wir dafür so eine kleine Cutscene gemacht haben. Weiter geht's zu Jorbit. Jorbit, wir müssen zum Haupttor, sofort. Gib's zu, du hast gedacht, ich käme nicht zurück, Windblade. Du bist verteufelt gut. Wir müssen verhindern, dass Hänsel fliehen kann. Und ihn anschließend zwingen, es zu versuchen. Dann nicht gezaudert. Zum Tor! Ähm, wo lauft ihr denn? Ach, die hängen fest. Ach nö, kommt schon, Leute. Das ist doch dann voll unepisch, wenn die da rumhängen. Schließt das Tor! Einmal mit der Axt drauf, oder was? Ja, super. Das ist eine gute Idee. Das ist krass, wie viele Erfahrungspunkte das alles gibt. Geschafft! Sie sind abgeschnitten und angreifbar wie Enten. Vielleicht ergeben sie sich. Herr, eure Befehle. Wir ergeben uns. Ja. Die Schlacht ist vorbei, König. Du hast gesiegt. Du diktierst die Bedingungen. Du kennst meine Forderungen. Du verzichtest auf Eddon und unterzeichnest eine bedingungslose Kapitulation. Du verpflichtest dich, deine Armee niemals mehr den Ponta überschreiten zu lassen. Ist das alles? Du zahlst Reparationen und erkennst Obereddon als souveränen Staat mit Saskia von Vergen an der Spitze an. Was erwartet mich und meine Leute? Die Freiheit. Das ist nicht wenig. Sieh nur, wie viele meiner Leute bei ihrer Verteidigung gefallen sind. Wie viel willst du? Wir setzen uns in Lok Muin zusammen, um die Höhe der Reparationen festzusetzen. Mit achtbaren Zeugen. Da ist noch etwas. Saskia hat es noch nicht erwähnt. Ich höre. Seit die Welt besteht, gab es Kriege. Und es wird sie immer geben. Die einen siegen, die anderen verlieren. Doch sie müssen im Geiste ritterlicher Prinzipien und Gesetze geführt werden. Worauf willst du hinaus, Zauberin? Kriegsverbrecher müssen bestraft werden. Detmold zum Beispiel. Ich brauche aber einen Berater. Kriegsverbrecher werden bestraft. Du bekommst einen neuen Berater. Und zwar Sheila de Tankerville. Diese Hexe spinnt wohl. Das ist eine unverhandelbare Bedingung. Detmold wird für seine Verbrechen zur Verantwortung gezogen. Sei es drum. Exekutiert ihn. Lasst sie mich nicht zerren wie einen Hund. Seht, wie ein echter Zauberer stirbt. Dumme Huren. Leiste den Eid und du hast freien Abzug. Mit wem verhandle ich hier eigentlich? Philippa Eilhardt und ich sprechen mit einer Stimme. Sieh dich bloß mit Zauberinnen vor. Sie vergessen allzu oft ihren Platz. Philippa ist meine Beraterin. Ich warte, König. Ich, König Hänselt, Herrscher von Catelyn, gelobe vor Zeugen, dass ich Eddons Grenzen respektieren werde und den Staat im Pontatal unter der Führung Saskias von Wergen anerkenne. Ich gelobe, die Reparationen zu entrichten, deren Höhe in Lok Muin festgelegt wird. Du bist frei. Zeigt dem König den Weg. Zeit zu gehen, Saskia. Ja. Ja, auch zu erkennen an der monotonen Stimme, die sie plötzlich hatte und nur noch so gesprochen hat, als würde sie überhaupt nichts mehr angehen. Sie sind weg. Teleportation. Durchsuchen wir Eilhards Quartier. Vielleicht hat sie in der Eile nicht alles mitgenommen. Ja, damit ist aber die Belagerung vorbei. Der Kampf ist gewonnen. Tja, Saskia ist jetzt Anführerin hier in Eddons in Wergen oder Philippa. Man weiß es nicht so genau, wer hier eigentlich wirklich die Fäden in der Hand hält. Ich mache nochmal einen letzten Charakteraufstieg für heute und gebe mir etwas ihr Vitalität. Und dann untersuchen wir Philippas Gemach beim nächsten Mal zusammen mit Jorbert. Ich bin gespannt, was wir finden. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Vielen Dank fürs Zuschauen.